Und es war gut. Wir lesen folgendes in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 10. Und Gott nannte das trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er das Meer, und Gott sah es, dass es gut war. Wir sehen hier, wie Gott der Schöpfer hineinwirkt in die Erde und in die Schöpfung, und wie er sein Wesen schon hineinlegt. Ein Wesen von Ordnung, er separiert hier, er plant, er ordnet. Wir lesen ja ganz am Anfang, dass die Erde kahl war, Tohu, Wabohu, da war ein Durcheinander, ein Chaos. Und mitten in dieses Chaos hinein wirkt Gott jetzt Gutes, Ordnendes, Wiederherstellendes. Wir sehen, dass Gott spricht, und dass Gott es nicht belässt, sondern er ruft hinein in das Chaos, und es ordnet sich. Was für ein wunderbares Bild, was auch hineinwirken darf in unser Leben, wenn wir Gott anrufen, wenn wir ihn um Hilfe rufen. Dann dürfen wir wissen, mitten in unser Chaos hinein, will Gott hineinsprechen, will Gott ordnen, und will Gott schöpferisch wirken. Mit seinem Wirken kam auch die Ordnung von Saat und Ernte, von Fruchtbarkeit und Wachstum, von Wiederherstellung. Wenn wir sehen, was Naturkatastrophen anrichten können an Zerstörung, und doch, wenn man dann Zeit später kommt, dann blüht wieder die Erde, dann regenerieren sich Dinge. Gott hat etwas Wunderbares in diese Erde hineingelegt. Er, der Schöpfer, hat geordnet und hineingesprochen. Das darf uns Zuversicht und Hoffnung geben und darf uns gleichzeitig eine Einladung sein, dass dieser Gott, der Gutes schafft, auch in das Tova Boa, auch in das Chaos unseres Lebens hineinsprechen will. Das hat er getan durch Jesus Christus. Das Wort, Worte Fleisch, so sagt es die Schrift, er kam in unser Chaos und er will ordnen, er will hineinsprechen, er will Heilung, er will Vergebung, er will ordnende Gedanken hineinsprechen. Da, wo Verletzung, Enttäuschung, wo Unversöhnung ist mit unserem Leben, mit Menschen, aber auch mit unserer Biografie. Er will ordnen und das soll gut sein, heißt es hier. Nicht, na ja, mal gucken, nein, er will Gutes hervorbringen. Und so darf auch schon am Anfang der Bibel das eine Einladung sein an uns, nämlich, dass wir uns an den Schöpfer wenden, dass wir uns an Gott wenden und uns auch in ihm verlieren und ihm vertrauen. Und der, der schon damals gesprochen hat und die Erde geordnet hat, er will es auch heute noch tun, bis hinein in unser persönliches Leben. Und es soll gut sein. Wir wünschen uns das, dass wir das erleben und diese Glaubenssicherheit haben und sie tragen und weitergeben. Gott segne euch und wir sehen uns gerne wieder. Gott segne euch und wir sehen uns gerne.